Dann können wir das Ding da wieder wegnehmen und jup, okay. Oh, das Schild sollte ich vielleicht noch ausrüsten. Ja, Moment. Wer rüst sich das aus? Ja, Moment. Ah, jetzt. Ach so. Oh, geht doch. Huh? Oh. 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 Oh, okay. Okay. Oh Oh, was da ist? Ist gar nicht immer so einfach. Oh Ich sehe einen. Wie komme ich da hin? Ich sehe einen. Oh 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 Das war's für heute. Das ist noch recht knifflig. Wieder was Neues gefunden, einen Schmuckschädel. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl... Hier rüber, dann da rüber und dann da rüber vielleicht. Falsche Taste. Ah, Mist. Ja! 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 Oh. Okay. Oh. Interessant. Nee. Mist. Oh. Ups. Oh. Ja, ich möchte das Spiel fortsetzen. Logisch. Ähm. Ja. Naja. Die Karte ist... okay. Gut. 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 Gut, gut. Ich hab einen Schwerfen zu spüren! Wir konnten doch wieder spielen! Ich bin eight. Wenn du dieser Schwerfen in mir nicht mehr verlangt! Welches Spannende? Wooh! ist die dinge irgendwie abschütteln so wieder her und durch und dann nochmals rüber balancieren so wieder herunter dann Dann trötest du wieder. Und dann... Waren das alle? Okay, das waren alle. Du hast die runden Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den guten? In diesem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Ich stecke hier nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Ich fühle keine Gegner mehr in der Umgebung. Du kannst den Kio im Baum daher gefahrlos herunterholen. Allerdings scheint er sich nicht bewegen zu können. Du müsstest dir etwas überlegen. Gebieter, du kannst deine Optionen immer durchdrücken von zwei überprüfen. Optionen mit zwei überprüfen. Au! 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 O! Au! Hat der Name Mugi nicht auch mit Star Trek zu tun? Ich glaube, ich habe zu viel Star Trek geschaut. Dann komme ich hier runter. Mit dem Ding hier, vielleicht? Nee, oder doch? Ach doch. Interessant. So, und dann... Wie viele Fälle noch? Ah! 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 Naja. In diese Richtung. Okay. Sicher irgendwie hier oben oder so. Du Fenster. Jetzt geht's die Richtung. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.